Diese Woche ist der Bauch auch ganz wichtig beim Schiemen, auch wieder einen festen Gegenstand in die Hand. Bauch bleibt ziemlich stabil und der Oberkopf hat die Arme und Hirn vergegen. Genauso kann man die Übung auf einem Superpissen, bei einer weichen Unterlage austören. Man muss sich auch wieder auf den einzelnen Unterlagen, Eis, Tiefschnee, weite Püste verbrennen.